Bei der Sylt-Fähre gilt ab sofort der Sommerfahrplan. Es gibt täglich bis zu 18 Fahrten ab 5.15 Uhr und bis 21.25 Uhr. Aufgrund der hohen Nachfrage können die Sylt-Gäste noch spät an- und abreisen. Freitags, samstags und sonntags pendelt die letzte Fähre um 20.25 Uhr ab Haunebü und um 21.25 Uhr ab List. Für Wohnmobilisten ist die Sylt-Fähre die einzige Möglichkeit, auf die Insel zu reisen. Das Sylt-Shuttle als auch der demnächst fahrende Autozug Sylt befördern keine größeren Wohnmobile mit Panoramadächern. Die Plätze auf der Sylt-Fähre sind im Vorfeld der Reise online reservier- und buchbar.